Begib dich am besten in eine liegende Position. Lege dir ein Kissen oder eine Decke unter die Knie, um deinen unteren Rücken zu entlasten. Zu Beginn konzentriere dich auf deine Atmung. Beobachte deinen Atem und spüre, wohin sich der Atem bewegt. Hebt und senkt sich deinen Bauch, weiten und heben sich deine Rippen, fließt der Atem gleichmäßig ein und aus. Versuche den Atem in einen ruhigen und gleichmäßigen Rhythmus zu bringen. Atme langsam durch die Nase ein und atme langsam und behutsam wieder aus. Nimm dir die Zeit und lass den Atem fließen. Atme langsam ein und spüre, wie sich deine Lungen füllen. Dein Bauch sich weitet und der Körper sich entspannt. Atme durch die Nase aus, langsam und gleichmäßig. Atme wieder langsam durch die Nase ein und halte den Atem einen Moment lang an. Atme dann langsam durch den Mund aus, wobei du alle Anspannung loslässt. Spüre, wie sich dein Körper mit jedem Atemzug mehr und mehr entspannt. Atme wieder langsam durch die Nase ein. Halte den Atem kurz in dir und lass den Atem langsam aus dem Mund fließen. Spüre, wie dein Körper sich mit jedem Atemzug weiter entspannt. Du wirst aber immer ruhiger und nimmst nur noch deinen Körper und deinen Atem wahr und lässt dich von der Stimme leiten, die dich tiefer und tiefer entspannt. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Beine. Spüre, wie sich eine angenehme Schwere in ihnen ausbreitet und sich entspannt. Stell dir vor, wie sich eine wohlige Wärme in ihnen ausbreitet und die Muskeln sich durch und durch entspannen. Die Schwere und Wärme helfen dir dabei, dich zu entspannen und loszulassen. Mit jedem Atemzug, den du in dich aufnimmst, merkst du, wie deine Beine immer mehr in den Boden geleiten und sich entspannen. Deine Füße fallen leicht zur Seite und entspannen sich. Fühle, wie sich durch die Atmung die einzelnen Muskeln deiner Waden entspannen. Mit dem nächsten Atemzug spürst du, wie sich deine Waden mehr und mehr entspannt. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Arm und deine Hände. Spüre, wie diese schwerer werden und sich entspannen. Stell dir vor, wie eine angenehme Wärme von deinen Schultern bis zu deinen Fingerspitzen strömt. Lasse alle Spannung und Anspannung in deinen Armen und Händen los. Spüre, wie sich deine Finger lösen und sich deine Unterarme entspannen und sich deine Arme strecken und dabei tiefer und tiefer in den Boden sinken und sich mehr und mehr entspannen. Richte deine Aufmerksamkeit wieder auf deine Atmung. Atme tief ein und aus. Spüre, wie sich Ruhe und Gelassenheit in deinem Körper ausbreiten. Dein Körper und Geist wird ruhiger und entspannter. Du fühlst dich sicher und geborgen. Richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Kopf und deinen Nacken. Spüre, wie sich die Anspannung in deinem Kopf und Nacken löst. Stell dir vor, wie eine sanfte Wärme deinen Kopf umhüllt und alle Sorgen und Gedanken fortspült. Lass deinen Kopf leicht werden. Richte deine Aufmerksamkeit auf dein Gesicht. Entspanne deinen Stirn, deine Augenmuskeln, deine Wangen und deinen Kiefer. Lass alle Anspannung in deinem Gesicht los. Spüre, wie sich eine angenehme Entspannung in deinem ganzen Gesicht ausbreitet. Du befindest dich jetzt in einem Zustand tiefer Entspannung. Dein ganzer Körper ist ruhig und gelöst. Spüre, wie sich jeder Muskel in deinem Körper entspannt hat. Sp рокammenspan inspire. Raurais wie sich jeder Muskel in deinem Körper entspannt. Kehre langsam wieder zurück in den Raum, öffne und schließe Deine Hände, spüre, wie Deine Unterarme sich bewegen, atme noch einmal tief ein und aus. Mit jedem Atemzug wirst Du wacher und energiegeladener. Öffne langsam Deine Augen und kehre in den Raum zurück. Untertitelung des ZDF, 2020